Das ist halt was mich wirklich anfasst. Zum Schluss hast du halt viel zu viele Emotions gemacht. Zum Schluss haltest du einfach viel zu viele Emotions gemacht. Keine Ahnung, ich hab die auch schon bekommen. Ich hab mir die Konos ausgelaufen. Ich glaub nicht, dass es was mit Emotions zu tun hat. Ist halt so, keine Ahnung. Ich hab die ganze Zeit gegenseitig irgendwie probiert, mit diesen, keine Ahnung, fünf Mix-ups, die wir spielen, auszuprixen. Das hat immer ganz gut funktioniert. Aber ich hab das Game halt absolut. Bei Game 3? Game 3? Game 3? Ja, da hat alles gegenseitig. Und da hab ich auch einen gebrochen. Ist das mein Ernst? Da gab es auch einen. Alter, ich bin so... Ja. 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 Das hab ich schon mehrmals versucht. Ich hab Mario jetzt in den Ballack gekonnt. Weil Marc, du hast sie gesagt. Oh! Ja. 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 Schükle Weed. Wie? Ja. Ja. Wie soll das Spiel werden Sie jetzt? Das ist aber wirklich so. Bayern. Ich habe heute 2 Euro Minus gemacht, ich muss sagen. Ich muss 2 Euro Minus gewinnen. Oh! Ich halte es weiter. So gut, dass ich Pal zurück möchte. Ich habe heute 1 Euro Minus gemacht. Klasse. 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 Lass dich es immer einfahren, du sollst... Gegen Mars, du spielst nicht so komisch. Giraffe an Fox gegen... gegen Eis. Drei. Drei. Wahrscheinlich. Drei. Bye! Drei. 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 Oh, das Auto schließt man quasi. Fühlt sich manchmal so an, als ob man nie nicht so lieben kann. Was ist das für eine Kombo? Pfeifen. 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 Pfeifen.